So, heute starten wir mit einer neuen Reihe. Wer lang gesund leben will, braucht bestimmte Substanzen. Heute fangen wir an mit etwas ganz Wichtigem, mit Vitamin D, dem Calciferol. Hallo, jeder Dritte in Europa leitet unter Vitamin-D-Mangel. Bei Menschen über 65 sind es sogar deutlich mehr, oft über 75%. Hey, und woher kommt das? Ja, weil die meisten zu wenig in der Sonne sind und die Ernährung zu wenig Vitamin D enthält. Ganz klar, jetzt! Im Winter verschlimmert sich das noch massiv. Also, für was brauchst du eigentlich Vitamin D? Für sehr, sehr viele Stoffwechselprozesse im Körper. An allererster Stelle wissen wir natürlich alle Knochenstoffwechsel. Dann passiert Aufnahme, Calcium, Phosphor aus dem Darm, Einbau in den Knochen. All das macht Vitamin D, aber auch Nervenregeneration und Stärkung vom Abwehrsystem. Ja, und wie spürst du den Mangel? Alles beginnt mit häufigen Rücken- und oder Gelenkschmerzen. Und dann so über die Jahre folgt die Entkalkung der Knochen. Und was ist die Folge? Die brechen leichter. Der Fachbegriff kennt ihr alle, Osteoporose. Aber zwei von drei Menschen über 65 Jahren haben Osteoporose. Und zweitens, häufig übersehen, Vitamin D-Mangel führt zu zunehmender Müdigkeit, Schlaflosigkeit, ja hin bis zur Depression. Denn Vitamin D ist wirklich wichtig für die Regeneration des Nervensystems. Und deshalb, den Mangel musst du einfach raschtherapieren. Und im Winter wird die Sonne dir wenig helfen. Deshalb ist Pilze, Eier, Leber, Seefisch. Wichtig ist halt beim Mangel, täglich solltest du mindestens 1.000 Einheiten zu dir nehmen. 1.000 Einheiten ist relativ viel, weil unsere Gesundheitsapostel, die predigen ja 200 Land. Landt aber nicht. Du brauchst 1.000. Die kriegst du ohne Rezept. Die sind zum Beispiel auch in unserem Dock Reset drin. 1.000 Einheiten. Wir empfehlen aber bei massivem Mangel, 20.000 Einheiten einmal die Woche zum Essen einnehmen. Nicht vergessen, Vitamin D, fettlösliches Vitamin, also musst du ein bisschen Fett dazu essen. Und die 20.000 Einheiten, die gibt es leider Gottes nur als Rezept. Das Präparat heißt Dekristol. Okay, die Frohbotschaft. Ihr werdet sehen, die Wirkung, wenn ihr jetzt vermehrt Vitamin D einnehmt, die zeigt sich rasch. Du bist besser drauf, du schläfst besser, hast weniger Gelenkschmerzen und fühlst dich einfach frischer. Deshalb einnehmen. Und wenn du dir nicht ganz sicher bist, hey, brauche ich das überhaupt? Dann lass halt in Gottes Namen einen Blutcheck bei deinem Doktor machen und dann hast du Klarheit. Okay, also Vitamin D, ganz wichtig für euch.